Zwergenschmiede Skyrim-Folge würde ich mal sagen Oh, jetzt habe ich... Was habe ich jetzt gemacht? So, falsch gedrückt Ähm, brauchen wir das Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit Das können wir auch mal mitnehmen, davon haben wir schon genug So, ja, es gab... Verdammt, 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 verdammt Ich bin zu schwer, ja Nein, Waffen wollen wir jetzt nicht unbedingt Dieses ganze Zeug, was wir gerade aufgenommen haben Brauchen wir doch alles nicht Die sind ja alle zu schwer, die Sachen Bücher Nö, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr So Wie jetzt? Ach, wir müssen drunter sein, verdammt Äh, wovon haben wir denn viele hier Die Triche brauchen wir jetzt gerade noch Davon nehmen wir einfach jetzt mal einen weg Und jetzt passt das doch alles wieder So Etwas dunkel hier, aber egal Das kriegen wir auch noch rum hier Auf jeden Fall Uiuiuiuiui Leck, 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 leck So Ähm, ja Es gab etwas länger keine Folge mehr Und Ja, das lag einfach daran, dass ich irgendwie Ähm Viel anderes gemacht habe Sei es Fliff, sei es Minecraft, sei es was weiß ich für Sachen Ich habe jetzt auch noch ein neues Projekt gestartet Ähm Minecraft Adventure Maps Da gibt es ja auch einen ganzen Haufen von Und Ähm Natürlich gibt es auch sehr viele, die eigentlich nicht taugen Sondern Wo man dann entweder, keine Ahnung Irgendwo in der anderen Welt gespawnt wird Und dann erstmal Den regulären Spawn finden muss Doch Natürlich gibt es auch wie überall Richtig, richtig gute Und da habe ich mir halt auch ein paar rausgesucht Ja, die ganzen Sachen brauche ich hier nicht Was ist denn das? Ich drücke immer F Aha Ein Helm Rüstungswert 11 Was habe ich denn da? Beim Helm Schnell mal gucken Glaub ich 19 Na Da hält er nicht ganz mit Ich habe ja noch was aufgenommen 31 Ein Schild Ja, ein Schild Naja, okay Ein Schild schadet nicht, aber ich Brauche eigentlich keins, weil ich eh eine Doppelhandwaffe habe Hm Den Helm brauche ich nicht Und das ist auch egal Also den Helm Naja Den brauche ich auf jeden Fall mal nicht Da Eine Truhe Ist da Schönes drin Bisschen Gold Die Rolle nehmen wir auf jeden Fall mit Das nehmen wir mit Stattdurch brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt Nur jetzt sind wir wahrscheinlich wieder viel, viel, viel zu schwer Ach guck mal, da können wir uns hinsetzen Sehr interessant Nein, okay Wir wollen jetzt hier nicht sitzen bleiben Und schlafen wollen wir auch nicht Wir wollen jetzt hier weiterkommen Und das Problem ist, dass wir wieder viel zu schwer sind 14 sind wir zu schwer Das liegt an dem blöden Ding hier oben An dem hier Gewicht 6 Ne, an dem hier Warte Hier 15 Ja Hm Das können wir jetzt nicht einfach wegschmeißen Weil das Ding gar nicht schlecht ist Gewicht 1 Ich nehm den, der sieht lustiger aus Ähm Äh, ja Jetzt bräuchten wir halt irgendwas schweres, ne Hm, 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 hm Ach Gott, das regt immer auf hier Ich will doch gar nichts wegschmeißen Zwei Schaufen brauche ich auf jeden Fall nicht Ja, ich will ihn doch auch nicht ausrüsten, Mensch, hier Totenschädel, reicht mir auch einer Da reicht mir auch einer Seelenstein Ach Gott, jetzt meldet der ganz viele Sachen Egal Ähm Uh, okay Das sieht auch nicht schlecht aus Jetzt muss ich noch eine Sache für loswerden Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ach, wir nehmen einfach mal den Totenschädel Weil wir eh nicht wissen, was wir damit machen sollen Und der Trolltotenschädel sieht eh viel besser aus So Jetzt haben wir das auch geschafft Und wo müssen wir langen? Hier auf jeden Fall nicht Sondern einfach hier geradeaus Das war ja zu einfach Wo kommen wir denn hier hin? Aha Also es scheint mir fast so, als wäre das wieder ein relativ großer Dungeon hier Und irgendwo sind ja auch böse Feinde Wurde mir zumindest da ist noch einer Okay, wollen wir mal erst besiegen Ja, ja Erst wäre ich mal die Rüstung Ausrüsten können So Ja, ich glaube wir hätten es wirklich erst ausrüsten sollen Aber egal Was haben wir denn hier? Nein, das brauchen wir nicht Oder? Nein Gegengift brauchen wir nicht Ähm Da haben wir doch einen Nein, das brauchen wir auch nicht Das brauchen wir So Das war irgendwie ein bisschen knapp Ich drücke schon wieder F Ähm Ah, sehr schön Brauchen wir nicht Den nehmen wir auch noch gerne mit Das nehmen wir natürlich auch noch sehr gerne mit Ähm Ja Gut, gut, gut Ich denke mal hier unten müssen wir gar nicht lang Aber egal Wir gehen jetzt trotzdem hier unten lang Weil hier hinten eine Truhe ist Verdammt Wie viel haben wir? Sieben, sechs Verdammt okay Da irgendwo in der Nähe war's Ich hab einen sehr hohen Dietrichverbrauch Hab ich das Gefühl So Brauchen wir das? Das brauchen wir nicht Gold nehmen wir mit Das nehmen wir mit Äh, was auch immer das ist Das nehmen wir auch mit Und jetzt sind wir wieder zu schwer Nehmen wir mit Nehmen wir auch mit So, und jetzt legen wir einfach mal Ein paar Sachen da wieder rein Äh, Bücher Bücher haben wir voll viele Für zehn Gold Können wir das auch mal hier lassen So Perfekt Die Zwerge Zwerge haben jetzt ganz viele Bücher von mir Aber egal Ich habe ihnen dafür ja ihre Wertsachen geklaut Von daher ist das doch ein fairer Tausch Für mich Hallo, komisches Vieh, ich stirb Was war denn das für ein komisches Ding Ich drück schon wieder F Warum drück ich immer F Das ist, naja, egal Aus irgendeinem anderen Spiel wahrscheinlich Ich frag mich nur grad Aus welchem So Ist das eine Truhe Nein, das ist wieder eine Bank Wo kommt denn das hier her Verdammt Verdammt, verdammt, verdammt Ich bin doch glatt gestorben Nein, ich hab doch grad noch I gedrückt Leute, Leute, Leute Okay Ich muss mich erstmal hier wieder einspielen Habe ich das richtige Gefühl So, jetzt muss ich wahrscheinlich die ganzen Sachen nicht wiederholen Oh Gott So Jetzt nehmen wir das Nehmen wir mit Ich werfe jetzt einfach mal hier ganz viel raus Das ganze Zeug Was ich vorher auch schon rausgeworfen habe Sonstiges Da hab ich ja hier Die hab ich weggeworfen Den hab ich weggeworfen Da hab ich ein paar weggeworfen Wobei ich das auch noch wegwerfe Werfen kann Schaufeln Werfe ich weg So Nein, das behalte ich Alles behalte ich Behalte ich Da reicht mir eins Da reicht mir eigentlich auch eins So was auch immer das ist Da auch So Dürfte erstmal fürs erste reichen Später werfe ich dann die anderen Bücher noch weg So Hier wieder Zeit vertan Ach, der baut irgendwas Ich meine Der hatte nichts dabei Doch Der hatte sogar was dabei So Jetzt haben wir es wenigstens mal richtig gepackt Zum richtigen Zeitpunkt So, was sehen wir denn hier Das brauchten wir doch nicht Nehmen wir einfach hier ein So Und wo ist jetzt das andere Vieh hier Da ist es doch So Perfekt Der hat jetzt nur leider gar nichts dabei Aber egal Dafür hat der hier was dabei gehabt Die Kampfmusik kann auch abklingen Dankeschön So, 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 so Und da sind wir wieder bei der schönen Truhe Und da dürfen wir jetzt eigentlich auch Nicht zu verdammt Lange brauchen Sagt bloß Da stellt sich immer neu ein Ja Tatsächlich Nicht nett Hallo Hallo Ich hab nur noch drei Dietriche Ich würd auch gern da ran Sag mal Äh Hallo Dankeschön Hilfe Jetzt muss ich mir irgendwann bald neue holen So Und jetzt muss ich auch gar nichts anderes wegwerfen Und jetzt hab ich hier grad noch einen Typier entdeckt Nein, das wollen wir wirklich nicht haben Vielen Dank Zu großzügig So Nein Falsch, falsch, falsch Hier muss man raus So Ja hopp Da komm ich doch wohl noch drüber So Was auch immer das ist Wir sammeln es auf So, das nehmen wir noch mit Nö Brauchen wir alles nicht So Schön alles plündern hier Wie es sich gehört Ich frag mich grad wirklich Was das für Zeug ist hier Aber wir nehmen es mal mit Weil es anscheinend nicht viel wiegt So Wo kommen wir denn jetzt hier weiter Hier lang Ach Gott Das ist aber asy das Ding Das ist aber echt Das ist aber echt asy Jetzt mal im Ernst Verdammt Leute Nein Kann's nicht sein Ist schon Zeit um oder was hier Nein Verdammt nochmal Die Folge hat es ja nicht so gebracht Na egal Jetzt wissen wir es wenigstens Und ich sammle jetzt hier noch schnell die Sachen auf Und werfe hier ein paar weitere Sachen weg Das Wegwerfen mache ich jetzt noch Aber das dürften die meisten ja jetzt auch kennen Ach Gott Also echt mal sorry dafür Ich dachte ich komme da vorbei Aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt Wie ich wollte So Schaufel reicht auch eine So Okay Ähm Naja Äh Sorry erstmal dass ich hier die ganze Zeit verreckt bin Und Dann Hoffe ich Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Weil jetzt dürfte es eigentlich relativ gut klappen Hoffe ich Und Ja erstmal hier zur Truhe gerannt Gut Dann Danke fürs Zuschauen Ich hoffe es war nicht zu langweilig Weil wir es jetzt zum dritten Mal machen müssen Aber egal Danke erstmal dafür Und dann bis zum nächsten Mal Leute Ciao Ciao